Musik Ladies and Gentlemen, the last person that could take the title today, unofficially our new leader and world champion from Germany, George Greider. Ja, es war und ist die Faszination am Monastilsport. Kein anderer Sport konnte in mir derartige Leidenschaft entfachen und neben dem Wettkampfsport kann ich da eben auch ganz einfach mit Freunden auf die Piste gehen und habe keinerlei Nachteile. Und das ist schon ein ganz großes Stück Lebensqualität, das ich dadurch erlangt habe. Mein Name ist Georg Greider. Von 17 hatte ich einen schweren Motorradunfall und sitze seitdem im Rollstuhl. Heute bin ich erfolgreicher Monoskifahrer und trainiere hart, um meine sportlichen Ziele zu erreichen. Im Winter, also von September bis März, bin ich ca. 100 bis 120 Tage auf Schnee unterwegs. Dazu kommen dann noch tägliche Trainingseinheiten abseits der Piste, Kraft, Ausdauer, Koordinationstraining. Und dann habe ich ja noch einen normalen Job. Ich bin Mediengestalter und wenn es dann noch geht, habe ich ein bisschen Zeit für Familie und Freunde. Bei mir ist die Komponente Material schon sehr, sehr wichtig, dadurch, dass ich eine relativ hohe Lähmung habe und nur noch einen Teil meines Körpers bewegen kann, ist die Übertragung auf den Ski natürlich extrem wichtig und da muss das alles 100% passen. Deswegen habe ich auch angepasste Karbonschalen, die wirklich auf meine Körpermaße angepasst sind und auch ein ausgeklügeltes Dämpfungssystem, das mir so ein bisschen das Kniegelenk und die Federung unterstützt und mich eben auch beim Schwungwechsel optimal unterstützt. Mein Motto ist Keep On Running. Er ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen für jemanden, der gar nicht laufen kann, aber es soll sich auch eher darauf beziehen, dass man immer weitermacht und dass man sich durch Rückschläge nicht irgendwie entmutigen lässt, dass man nach vorne sieht, dass man sich Ziele setzt und das Beste draus macht.